Zu meinem Hintergrund, ich selber bin Unternehmensberater, also Consultant. Ich habe eine Unternehmensberatungsfirma, eine Consulting Corporation, die ich kurz vorstellen möchte. Die Firma nennt sich Supalmster.com, ist eine internationale Cooperation, Supalmst auch eine Appreviation und stands for Systemic Approach, Personal and Organizational Management, Process, Services, Consulting, Hüpfburg and Training. Das heißt, man sieht da bereits, Innovation hat mit Bewegung zu tun. Das heißt, Hüpfburg ist uns wichtig, weil oft in der Wirtschaft die Energie so steckt, bei den Meetings, wenn man so zusammensitzt. Und deshalb eben holen wir die Leute raus, auch auf der Vorstandsebene zum Beispiel, hüpfen dann so 10, 15 Minuten und dann beginnt die Energie wieder zum Fließen. Wir haben uns entwickelt von einer klassischen Insulting über eine Consulting, eine Resulting-Unternehmung. Das heißt, für uns zählen Ergebnisse. Das heißt, for uns zählen, dass wir uns zählen, dass wir uns zu uns zählen wollen. Bis zum nächsten Mal.